Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dayset Scherneros mit dem Nico wieder Tag Ich weiß gar nicht mehr welche Folge, entweder 57, 58, 59 oder 60 von Scherneros und ich nehme jetzt erstmal hier meine M4 ein zum Rucksack und pack die Sniper aus Was alles mitten in Scherner gefunden haben Ja, eine G36 hatte ich gefunden, die habe ich die gegeben, damit ich die M4 habe Die habe ich gefunden Jawohl Das ist wie die DMR, das hat keinen Zero Wings, sondern so reinzoom Funktionen Da brennt was auf dem Flugpferd Ja, warte, warte, warte Wir gehen mal nicht zu weit Wir gehen mal nicht zu weit Also ich glaube, das ist kein vom Server gemachter, äh, abquash, sondern ein Spieler abquash, wo eine Leiche da liegt und blutet Ich bleib mal hier und du gehst mal dorthin Weißt du was ich nicht mache? Dort Wo sitzen du überhaupt? Ich bin hinter dir Also ich habe das auch, ich habe ja auch so einen übelst krassen Zoom auf der G36 Achtfach glaube ich Ich habe das auch gesehen Okay, aber du könntest mal bitte hier nochmal alles freisnipen, so mal Feuerwache gucken und so Ja Ich muss erst erstmal hier runterquashen, sonst bin ich einfach zu erschöpft nachher und ich wackel so doll Wobei ich könnte mir eigentlich einen Penkeler dann reinhauen Hab ja zwei Stück Wenn du dich hinlegst, geht da auch das Gewackel weg, oder? Ein bisschen Sonst musst du den Penkeler ziehen Wie lange dauert das bis die Erschöpfung weg ist? Weiß ich nicht Da steht übrigens ein Auto Ein Nee, ein Humvee ohne Räder Stimmt, im Liegen geht das mit dem Zittern Penkeler brauche ich trotzdem, da bin ich vorhin zu oft geschlagen worden So, ich laufe jetzt mal hier von rechts zu ran Ich brauche eine bessere Position, aber ich kann auch nicht in die Feuerwehr gehen, das ist zu gefährlich Kannst du hier rechts in den Wald gehen Ja, das ist ne Idee Da ist übrigens eine Militärzeit in, äh, den kleinen Industriegebiet Hier ist ein Militärzeit Hier ist ein Militärzeit Mal gucken, was man hier noch Ich kann mich auch oben auf den Turm stellen Nee, da ist nicht hoch genug Bei mal ACB war da drin Wenn es rechts am Waldrand lang geht es gibt Was siehst du mich? Scheiße Ach ja, ich sehe dich auch Ach ja, ich sehe dich auch Es ist die Schule davor, das gibt's doch nicht Hier ist der Dings umgefallen, äh, so Ja, auf jeden Fall mir leid Du willst du den, äh, der am Heli-Crash ist, oder? Wir wissen, was hat der für eine Waffe gehabt? Weil ich hab's nicht gesehen Wo liegt denn der am Heli? Äh, da liegt auf den schwarzen Haar, auf den Braunhofen Von der euch ne schlechte Sicht Ah nix, es ist einfach nur ein Bambi-Kern LOL ja gut hier in der Nähe ist Wunderfühle auch eben Zombie-Hit und Blüte wolltest du auch wieder so schön hingeschmissen wie ich vorhin äh ich hab aber ein Gilly was der hat ein Gilly dabei gehabt? ich hab ein Gilly lag grad in der Schule wenn du noch irgendwas zum Anziehen findest, kannst du es mir ja mitnehmen mir ist jede Kleidung recht so jetzt hoffen wir mal, dass nie wieder der Glitch passiert und mein Rucksack sei weg ist also dass du den nicht auf dem Rücken siehst, ist normal, das weißt du hoffentlich ja ja, aber ist keine Ahnung, wo passiert, früher sind die Rucksäcke ja weggeglitscht, wenn meine Kleidung geändert hat dass mir ewig nicht mehr passiert sowas so, weggeglitscht haben mit Scherhoffen so, ich hab mein Killy hier an ich renne hier im Killy und der G36 ich lieg hier vorne in der Tanne oder gesagt, ich bin hier an der Tanne wo, hier rechts bei mir, wo ich jetzt hinrende oder siehst du mich? in der Nähe von den Hangaren Hangars ich hab mal bei Wikipedia Hangar eingegeben und das Plural von Hangars so sehe ich Hangars meiner Meinung nach total bescheuert hey, das ist ja der geile Server stimmt hier ist ja eine Barack in den Hangar da rennst du hier? ja ich bin hinter dir so eine Leiche hinter mir ist keiner Leiche höre ich auch nicht hier bei den Tannen, Mensch geiler Scheiß hatte ich schon Ewigkeiten nicht mehr wenn es steht dort an der Ecke übelst auffällig ja, ich bin eine Ego-Perspektive da sehe ich das nicht so dolle Ego-Perspektive von ich hätte übrigens ein Flugzeug was, ein Flugzeug? ja, aber Spieler sind hier keine Alter, aber das Flugzeug ich könnte das da ja fliegen, ne? ich könnte es fliegen aber ich oh, 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 Kevin aka Cobra voll geil und hier liegt ne DMR den nehm ich aber warte mal wir müssen erstmal die Zombies hier rausschnipen oh so, hier liegt ne DMR wo und hier liegt noch alter Kevin ey, guck mal was wir heute drin lackern Leute, auch ne M4 wo ist ne M4 wo ist ne M4 das ist ne AK107 was hier liegt oh na dann ich nehme mir die Stunakmonie ok ja, macht das das sind beides AK107 willst du die M4A1 hier haben mit dem Granatwerfer und dem RCO oder ich nehme erstmal die Kleidung hier ach, Civilian Clothing ja, die hab ich grad da hingelegt ich nehme die G36 Magazin das ist leer, deswegen hab ich das da hingelegt da sind noch vier Schuss oder so drin RCO ne, ich behalte die Holo AK mit Granatwerfer ok, ja, die Holo ist gestattet AK107 ist das das ist das gleiche wie die normale AK das ist ne Sniper hier liegt die entfielten Mund brauchst du nicht Antiputikum hier liegt was oh, 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 oh ein Spiritikum ist immer wo ja, na zahle ich geh mal die Handgas wir haben einen Lack, Junge Alter, heute geht's ab ist das hier ein Gidi, ist das hier ein Gidi, ist das hier ein Gidi ach, Civilian Clothing hier war auch schon einer und GPS liegt hier ein nimm das GPS mit ja, schon dabei Civilian Clothing Spawn glaube ich nicht von alleine da muss ja jemand gewesen sein hier liegt noch ein Rucksack Kevin hier liegt noch eine G36 mit Magazin? ja, mit Magazin ok, hol ich mir wo bist denn du? immer noch in der Baraka ne, ich nehme die Magazine und leg dir dafür die Standardkinder, ok? wo bist denn du? im zweiten Hangar Loll 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 wenn Gott das nicht gewollt hätte, dann bin ich Jude Loll ich hab dir hier mal zweimal zweimal 20 Ron Stunner kennengelernt Deine Snipper danke bei mir passt die Spiele, Kaffee, 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 Kaffee das ist nicht nur einer oh jetzt das ist nicht nur einer, Mann das ist nicht nur einer das ist nicht nur einer hast du beide getötet? ne, ich hab erstmal einen getötet oder ist das doch nur einer, ich weiß nicht oh, Kevin, Alter, meine G36 warte dort irgendwo, ey fick hier liegt übrigens auch ein, äh der größte Rucksack hier ah, schön, ich brauch meine G36 wieder ne, weil ich die Pistole in der Hand hatte, weil ich die Zombies weggekillt hab und er two-shottet mich ein jetzt hab ich keinen, der mir einen Blutpick gibt genau, hat er dich getroffen noch, oder was? auf jeden, ich hab fast gar kein Blut mehr scheiße, ich hab meinen Rucksack weggebackt, damit auch meine M4 fail ich nehm deine G36 mit, okay da liegt ja noch eine pack mal die neue Hohen mit ein ich guck mal, was der so hat ich guck mal, was der so hat auch Antiputika, ne Freak, wie ihn helft, warum hat der die nicht geworfen? Kevin, pack mal beide G36 ein, okay ja, ich guck, was ich machen kann der hat auch Standard noch pack einfach so viel Munition und Waffen ein, wie es geht ich bin Kamenka, ich bin gleich da, Kevin jawohl ach, der hat auch eine M4A1 äh, Holo, oder du hast deine Holo jetzt weggebackt, dein Ernst? ja, wie immer der hat auch eine Makarov SD, lol ja, versuch dich dort zu verstecken irgendwo und verhalte die Waffen, ich bin gleich da ey, warum hab ich keine Map mehr gibt's keine Map mehr? also, Hanse vielleicht deaktiviert, ich hab noch eine ja, gibt nicht mehr ich weiß, ist nicht mehr im Standard hier drin auch ne, ist die Kamenka das ganz weit hinten? ja, eigentlich schon auch nö ich hätte gedacht, ich bin Kamerowo so, zwei Waffen, nice ja, super, was hatte der für eine M4A1? Holo, einfach nur Holo ach, das bist du nicht hier nimmst du die mit oder nimmst du die mit? nimmst du die mit? aber deine G6 und 3 nehme ich nicht auch noch mit ja, versuch dich dort zu verkämpfen oder so leg dich ganz hinten in den Hangar rein und warte, bis da jemand kommt mein Kili versucht zu looten ich hab den größten Rucksack, drei Waffen, yeah super, schön, ich bin tot, ich hab mein schön geliebten hm warum musste der auf mich? Ich hätte gedacht, du schießt gleich auf den ey, jetzt hab ich auch ne Makarov SDR, die haben voll runtergepatcht ah, die haben das Startloot verändert, ey mach mal hin, bis der herkommt, ich kann nicht ewig gediegen bis langweilig der Haschinger die Aufnahme aus leu, sinken ah, ich dachte schon noch ein ach, leu, noch ein Standard-Magazin alter holo, alter, wie viel Muni wir hätten oh, ich brauch nen Panker ich hab aber dein neuen Magazin in mein Haupt-Inventar und nochmal 3 in mein Neben-Inventar für uns zur Waffen äh hört's mich an, weil ich dieses scheiß M9 hatte, ey nicht die G36 zum Zombie töten